Hallo liebe Sternenbürger und willkommen zu den Star Citizen News. Schön, dass ihr wieder reinschaut. In dieser Woche habe ich unter anderem folgende Themen für euch. Wurmlöcher, CLG und Turbulent und Antworten auf Schiffsfragen. Also bleibt dran für die News der Kalenderwoche 49 im Dezember 2019. Alle Links zu den Quellen findet ihr wie üblich in der Videobeschreibung. Kurz was in eigener Sache. Die letzten Wochen gab es aufgrund der CitizenCon und der kurzen Pause danach keine News von mir. Stattdessen habe ich den gesamten Event der Intergalactic Aerospace Expo täglich gestreamt und hatte dabei viel Spaß mit meinen Zuschauern und den Gästen im TeamSpeak. In Zukunft wird es von mir öfter mal einen Stream geben, in dem es hauptsächlich um Gameplay und natürlich die neuen Features geht. Gerne könnt ihr dabei auch dazu kommen, ich bin im TeamSpeak der Star Citizen Headquarters zu finden. Die Streams werde ich allerdings nur kurzfristig ankündigen können aufgrund meiner wechselhaften Gesundheit. Weiterhin habe ich auf Bitten von einigen meiner Zuschauer ein wenig mehr Kontaktmöglichkeiten geschaffen. Ihr findet nun auch eine Seite von mir auf Facebook und auf Twitter findet ihr mich natürlich auch. Damit können wir also besser mit mir in Kontakt bleiben. Danke für das Feedback meiner Zuschauer an dieser Stelle. Wenn ihr meint, dass noch irgendwas fehlt, gebt mir einfach Bescheid. Cloud Imperium Games und Turbulent vertiefen ihre Partnerschaft. Wie CIG am Dienstag bekannt gab, hält man Moon 25% der Firma Turbulent, während Turbulent eine einprozentige Beteiligung an Cloud Imperium Englands hält. Turbulent ist verantwortlich für die Internetauftritte von CIG, ist beteiligt an der VoIP und VoIP-Integration und hat das Spectrum Forum sowie die StarMap und das Galactipedia umgesetzt. Mit diesem Schritt vertieft man die siebenjährige Zusammenarbeit, die weit über eine Geschäftsbeziehung hinausgeht, wie Marc Badeau, der Vorstandsvorsitzende von Turbulent, sagt. Ob dafür Geld geflossen ist oder ob man die Anteile getauscht hat, ist allerdings nicht bekannt. Untertitelung des ZDF, 2020 Inside Star Citizen In dieser Woche dreht sich alles um den Sprungpunkt, den wir in der CitizenCon-Demo sehen konnten. Den Entwicklern war immer bewusst, dass sie einen Sprungpunkt erstellen müssen und so gab es auch von Anfang an viele Ideen dazu. Für die Ringe, die man um den Sprungpunkt bauen wollte, hat man verschiedene Designs ausprobiert. Bis man nach mehreren Wochen des Ausprobierens zu dem Ergebnis kam, welches wir in der Demo gesehen haben, erzählt uns Nathan Dierly. Jay Ganey ist Assistant Art Director und zeigt uns ein wenig die Umgebung des Sprungpunktes. Hierbei konnte er auf die Gaswolkentechnik zurückgreifen, die man bereits für die Coil in Squadron 42 entwickelt hat. Dabei handelt es sich aber nicht um einfache Texturen, sondern volumetrische Felder aus Gas, die auch durchflogen werden können. In Squadron 42 weiß man ganz genau, aus welcher Richtung ein Spieler einen Bereich bereisen wird. In Star Citizen hingegen musste man davon ausgehen, dass die Spieler alles erkunden, weshalb man dies hier berücksichtigen musste. Mit einem hauseigenen Cloud-Tool ist es möglich, geometrische Formen in Gasschwaden umzuwandeln, welche man dann aus der Software Houdini exportieren kann. So kann man solche Szenen regelrecht formen, wie man das haben möchte. Der Sprungtunnel an sich ist kein versteckter Ladebildschirm und wird in das Spiel hineingeladen wie alles andere auch. Wir reisen also wirklich mit großer Geschwindigkeit in ein anderes System und müssen während dem Sprung auch selbst das Schiff durch den Tunnel manövrieren. Benjamin Perry hat für die Effekte im Sprung einen eigenen neuen Shader programmiert, der zunächst sehr aufwendig und vielseitig war, um den Designern so viel Freiraum wie möglich zu geben. Nachdem klar war, welche Funktionen des Shaders genutzt werden, wurden ungenutzte Funktionen gelöscht, um das Material zu optimieren. Der Tunnel selbst bietet die Möglichkeit, dass es Abzweigungen geben kann. Diese führen zunächst immer wieder auf den Haupttunnel zurück, doch in Zukunft wäre es durchaus denkbar, dass diese ganz woanders hinführen. Die Partikel im Tunnel sollen für uns Spieler ein roter Faden sein, an dem wir uns während dem Durchflug orientieren können. Sowas kennt vielleicht der ein oder andere aus einem Rennspiel, wo man sich die Optimallinie anzeigen lassen kann. Tobias Johansson erklärt uns, dass die erste Version des Sprungs extrem schnell war, was aber dazu führte, dass man keine plötzlichen Richtungswechsel machen konnte, weil das immer damit geendet hat, dass das Schiff aus dem Sprung geworfen worden ist. Nach der Reduzierung der Geschwindigkeit wollte man aber auch, dass man mehr Wendungen und verschieden schnelle Abschnitte haben wollte. Deswegen man sich hier von Achterbahnen hat inspirieren lassen. Für den Tunnel selbst hat man das Tool benutzt, welcher bereits für die Raumstation und die Höhlen genutzt wurde. So wurden der Tunnel und all seine Hindernisse im Inneren automatisch entlang eines vorgegebenen Pfades generiert, den man auch in Echtzeit ändern kann. Später, wenn mehr Systeme ins Spiel kommen, kann man diese Technik dann auf alle benötigten Sprungpunkte anwenden und spart somit sehr viel Zeit und Arbeit. Star Citizen Live Will Weisbaum moderiert in dieser Woche die Sendung, da Jared Huckabee für eine Jury bei Gericht einberufen wurde. Zu Gast in der Sendung sind John Crew und Paul Jones und es dreht sich alles um unsere Fragen zu den Schiffen. Wie üblich habe ich euch alle Antworten hier zusammengefasst. An den Computer Blades, die später unsere Geschütztürme steuern können, wird derzeit nicht gearbeitet. Physikalische Komponenten sind eine Langzeitaufgabe, an der kontinuierlich gearbeitet wird. Ein Hauptgrund, warum wir noch keine physikalisch vorhandenen Komponenten in den Schiffen haben, ist, dass diese auch aus dem Physik-Split hinaus kommunizieren können, um somit zum Beispiel Schaden bei Beschuss zu nehmen. Das Ganze zu programmieren ist jedoch leichter als die Arbeit, welche die Designer noch vor sich haben. Denn es gibt noch einige Schiffen, die zum Beispiel vor der Terrapin entstanden sind. Bei diesen fehlt oft noch ein Platz, wo die Komponenten untergebracht sind. Das muss natürlich erst noch gemacht werden. Gerade an Bord von größeren Schiffen sind die wichtigsten Komponenten innerhalb gelegen. Die Vengar 3 ist wohl das Paradebeispiel dafür, wie viele Komponenten man von innen zugänglich machen kann, wenn der Raum optimal genutzt wird. Die Aegis Redeemer wurde mehr in Richtung Gunship gebracht und man hat an Konzepten gearbeitet, um sie mehr an den etablierten Stil von Aegis anzupassen. Für diese Konzepte hat man auf viele Elemente von Aegis zurückgegriffen, allerdings erkennt man nach wie vor, dass die Redeemer aus The Next Great Starship ist. Dass man an dem Redeemer-Konzept gearbeitet hat, bedeutet aber nicht, dass wir sie in Kürze im Spiel fliegen werden können. Der Unterschied zwischen einem Jäger und einem Gunship ist der, dass Jäger ständig ihre Position wechseln und von allen Seiten angreifen können, während ein Gunship auf einer Flugbahn um das Ziel seine Kreise zieht und mit den Türmen alles in Reichweite unter Beschuss nehmen kann. Die Drake Corsair befindet sich derzeit nicht in Produktion, doch der Drake-Stil ist natürlich sehr weit fortgeschritten, weshalb es nur eine Frage der Priorität und der verfügbaren Arbeitskraft ist. Die Bano Merchantman ist derzeit ebenfalls nicht in Produktion, aber man hat die Erfahrungen, die man mit der Defender gemacht hat, in weitere Konzepte für die Merchantman einfließen lassen. Da das Merchantman-Konzept aus seiner Zeit stammt, in der man noch nicht die metrischen Einheiten für das Spiel festgelegt hatte, ist nicht gesagt, dass sie ihre 3584 SCU-Frachtkapazität behält. Ein Beispiel wäre hier die Carrack, die ursprünglich 1000 SCU haben sollte, nun aber mit deutlich weniger daherkommt. Wenn die Mole ins Spiel kommt, werden alle drei Mining-Arme funktionsfähig sein. Hierfür musste man ein wenig die Programmierung des Mining ändern, damit mehrere Laser mit einem Stein interagieren können. Die Mole wird Size-2-Laser haben, wogegen die Prospector einen Size-1-Laser hat. Ein größerer Laser wird auch mit größeren Herausforderungen leichter fertig. Die Polaris befindet sich derzeit nicht in Arbeit. Die Seidenklappen der Caterpillar können derzeit noch nicht bis auf den Boden runterfahren, da man hier erst noch Anpassungen am Transitsystem machen muss, das auch für die Fahrstühle und Bahnen in Landezonen wie Lorwell zuständig ist. Die Carrack wird das erste Schiff sein, welches eine Kombination aus Building Blocks für die Interaktion mit den Fahrstühlen und dem Transitsystem für den Aufzug selbst haben wird. Derzeit gibt es eine Mischung aus Interaktionen mit der Tür selbst und der Interaktion mit einem Steuerpanel in Schiffen. In der Zukunft möchte man das aber mehr vereinheitlichen, so dass wir immer mit einem Schalter agieren müssen, um eine Türe zu öffnen. Es wird später möglich sein, Komponenten von Schiffen zu sabotieren und zu beschädigen. Man wird aber auch die Möglichkeit haben, den Zugang zum Schiff zu beschränken, wenn man geändert wird. Aufgrund des Feedbacks zur Carrack wird man einige geringfügige Änderungen vornehmen. Allerdings sagt John Crew auch, dass das Schiff in der CitizenCon-Demo noch bei weitem nicht fertig war, da hier zum Beispiel durch fehlende Beleuchtungen viele Details nicht angezeigt wurden und sie dadurch sehr zweidimensional gewirkt hat. Die unteren Module der Carrack sind weiterhin dafür vorgesehen, dass man sie später auswechseln kann. Mögliche andere Module wären zum Beispiel eine Erweiterung für größere Fahrzeuge oder ein Labor. Zunächst werden wir aber nur die Frachtmodule bekommen, die ähnlich aufgebaut sind wie die der Caterpillar. Als erstes wird man nur die Basisvariante der Crusader Hercules, die C2, umsetzen. Vermutlich werden die Varianten einige Zeit später folgen, da man mit der C2 erst eine Grundlage für Schiffe von Crusader schaffen muss und erst danach sehen wird, welche Schwierigkeiten sich hierdurch ergeben können. Daher ist es nicht wahrscheinlich, dass man alle Varianten zur gleichen Zeit umsetzen wird. Die MISC Endeavor befindet sich derzeit nicht in Produktion. Da sie ein älteres Konzept ist, wie die Carrack, muss man hier erst nochmal schauen, ob man alles in der damals vorgestellten Hülle unterbringen kann und ob das Konzept in den mittlerweile etablierten MISC-Stil passt. Es ist immer etwas schwerer, die alten Konzepte umzusetzen, da man mittlerweile etablierte Stile für die meisten Hersteller hat, die man damals eben noch nicht hatte. Dadurch verändern sich Schiffe, die umgesetzt werden natürlich, aber man versucht immer die Essenz zu bewahren, da man sich der Fans eines Konzeptes bewusst ist. Die Best-in-Show-Schiffe haben einige Probleme mit den Texturen und Aufschriften, da man den Patch in letzter Minute nochmal überarbeiten musste. Mit 3.8 sind diese Darstellungsfehler dann aber behoben. In der Zukunft können wir im Vehicle Loadout Manager bestimmen, welche Beibote oder Fahrzeuge wir in einem Schiff spawnen lassen. Ähnlich wie bei den Waffen gibt es dann einen Platz, an dem wir zum Beispiel die P52 oder die Archimedes anbringen können oder ein Rover oder anderes Fahrzeug auf der Laderampe einer Constellation zum Beispiel. Diese Änderungen können dann wie gewohnt vorgenommen werden, wenn das Schiff gestort ist. Rufen wir das Schiff dann aufs Pet, ist die festgelegte Fahrzeugauswahl an ihrem Platz. Mit der 600er-Serie von Origin hat man viel gelernt, was dann in die Arbeit an der 890 Jump eingeflossen ist. Man wird zu einem späteren Zeitpunkt nochmal an beiden der 600er-Varianten arbeiten, um sie auf den aktuellen Stand des Origin-Stils zu bringen, aber das hat derzeit keine hohe Priorität. Ein großer Blocker für die HAL-C war bisher das Physics Grid, was angepasst werden musste, damit die Ladegestelle des Schiffes ausgefahren werden können. Dies ist nun durch Chris Roberts persönlich umgesetzt worden. Ein weiterer Blocker ist derzeit, dass dieses Schiff an Stationen andocken können muss, um be- und entladen zu werden. Aber auch hierbei hat man bereits große Fortschritte gemacht. Weiterhin muss man für ein Schiff dieser Größe auch größere Frachtcontainer ins Spiel bringen, da es die Performance in die Knie zwingen würde, wenn man tausende von 1-SCU-Boxen an einem Ladegestell spawnen würde. Die HAL-C ist auf der Roadmap für Squadron 42 mehr oder weniger fertiggestellt, aber um dort genutzt zu werden, benötigt man nicht das Docking, das Ausfalten der Arme und so weiter. Um von uns geflogen zu werden, braucht man diese allerdings jedoch, und das dauert noch eine Zeit. Man hat darüber nachgedacht, dass man eventuell zu einem späteren Zeitpunkt auch über die Seitentüren der Cutlass einsteigen kann. Doch hier kann man nichts Genaueres sagen. Derzeit zerstören wir letztendlich alle Schiffe im Kampf, doch in der Zukunft werden Schiffe eher außer Gefecht gesetzt. Geschosse werden dann nicht nur die Lebenssynergie eines Schiffes dezimieren, sondern Komponenten und die Hülle eines Schiffes beschädigen, wodurch Schiffe dann außer Gefecht gesetzt werden und geändert werden können. In einem Konzept eines Schiffes berücksichtigt man auch, dass ein Schiff zum Beispiel dickere Panzerung hat, so wie zum Beispiel die Terrapin oder die Nautilus. Es ist durchaus denkbar, dass wir von einem Beiboot aus den Hangar des Hauptschiffes öffnen können, aber das ist kein Feature, was man derzeit geplant hat. Die Phalanx-Schilde der Prowler werden sich ähnlich handhaben wie die der Defender. Sie können sehr schnell nach einer Seite ausgerichtet werden und blocken, solange sie nicht runter sind, allen Schaden komplett, auch den von ballistischen Waffen. Man wird aber auch hier in Zukunft weiterarbeiten, um ihnen dieses einzigartige Verhalten zu verleihen. Man ist sich bewusst, dass jeder Spieler gerne das Schiff flugfähig haben möchte, für das er unter Umständen viel Geld gegeben hat. Leider hat man nicht genug Entwickler, die an allen Schiffen gleichzeitig arbeiten können. Es gibt fünf Teams in den Studios, die alle an verschiedenen Dingen arbeiten und aus verschiedenen vielen Mitarbeitern bestehen. Schiffe, die für Squadron 42 benötigt werden und Schiffe, die für Gameplay-Features benötigt werden, haben derzeit Vorrang. Dann wird natürlich auch an Direct-to-Flight-Schiffen gearbeitet und an Schiffen, die wir auf der Roadmap sehen. Mit jedem Schiff, das live geht, setzt man den Standard ein wenig höher, um so eine bessere Qualität zu produzieren. Und viele Dinge, an denen jetzt gearbeitet wird, die sieht man erst in Mitte des Folgejahres, da es ein langer Prozess ist, ein Schiff umzusetzen. Roadmap Roundup Folgende Themen wurden auf der Roadmap als im Feinschliff markiert. New Babish Landezonen Außenbereiche Rest-Stop Innenbereiche Planet Microtech Fahrzeuge nach vorn gerichtete Kamera Fahrzeuge Außenkamera First-Person-Nahkampf Gesetzesystem Strafzettel Bergbauköpfe Befreiung der 890 Jump-Mission Flugverbotszonen Überarbeitung Fortgeschrittene Gunship-Manöver für die KI Apocalypse Arms Animus Raketenwerfer Behring P6LR Ballistisches Scharfschützengewehr und Planetentechnik Version 4 Flugverbotszonen Überarbeitung wurde auf Version 3.9 verschoben, da es hier noch einige Fehler zu beheben gibt und man sich diese extra Zeit nehmen möchte. Wettereffekte auf Planeten und Monden Dies ist die erste Version von Wetterinfekten und beinhaltet Schnee, Nebel, Sandstürme sowie einige zusätzliche Auswirkungen auf den Atmosphärenflug, wie man auf der CitizenCon demonstriert hat. Das dynamische Wettersystem wird jedoch erst in einem zukünftigen Patch umgesetzt und enthält dann einen eigenen Eintrag. Server-seitiges Up-Check-Container-Streaming ist eine wichtige Technik, die es den Servern erlaubt, Bereiche, an denen sich kein Spieler befindet, auszubleiben, was die Performance des Spiels verbessern soll. Da die Innenbereiche der Landing Zone New Babbage erst mit 3.9 ins Spiel kommt, hat man sich entschlossen, die Kleidungskollektion von Microtech ebenfalls dorthin zu verschieben. Auf der Squadron 42 Roadmap wurden First-Person-Nahkampf und fortgeschrittene Gunship-Manöver als fertig markiert. Kurz und knackig war es das dann auch schon wieder für diese Woche. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm ein Like und wenn ihr keins meiner Videos verpassen wollt, gebt mir ein Abo und klickt auf die Glocke für mehr News und Tutorials rund um Star Citizen. Ich wünsche euch einen schönen zweiten Advent und eine gute Woche. Macht's gut, bis dann! 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 Bis zum nächsten Mal.